Aber die Mira, also für sich gesehen, also wirklich, ich würde die so als Einstiegsdroge für gute Lautsprecher bezeichnen. Hallo, ich bin Thomas, komme aus Konstanz und habe jetzt seit über zehn Jahren Abacus-Lautsprecher. Und ich bin an Abacus-Lautsprechern geraten durch einen Test in der HiFi-Zeitschrift, habe dann daraufhin hier bei Abacus angerufen und bin mit Karl-Heinz Sonder in Kontakt gekommen. Und er hat dann gesagt, es kommt im Herbst eine neue Box raus und vielleicht wäre es vernünftig, darauf zu warten. Und genau das habe ich dann auch gemacht und habe dann so die erste Serie der neuen APC24 bekommen. Und war also wirklich, weil es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gab, das war ein neues Modell, war dann ganz begeistert, wie der Support lief und auch was dann so, was weiß ich, einfach so Problembewältigung anbelangte. Und deswegen bin ich dann auch bei Abacus geblieben, habe mittlerweile praktisch das ganze Haus ausgestattet mit Abacus-Elektronik und Lautsprechern und bin also wirklich absolut zufrieden. Nach wie vor bin ich begeistert von meinen Trifon 3, die ich persönlich zu Hause im eigenen Hörraum zum Glück stehen habe. Aber von den Größeren ist es auch so, dass mir die Modelle mit AMT eigentlich am besten gefallen. Ja, also die Oscara, die hatte ich auch schon mal zur Probe zu Hause und das ist natürlich ein Traum. Also jemand, der, sagen wir mal, sich überlegt, ob er sich Abacus-Lautsprecher zulegen möchte, dem würde ich raten, auf jeden Fall die Möglichkeit zu nutzen, sich die avisierten Lautsprecher als Paket irgendwie schicken zu lassen, weil das ist halt möglich, dass man das macht, um die zu Hause auszuprobieren. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich die meisten Leute, die dann sagen, okay, das ist eine ernsthafte Geschichte, ich hätte mir das gut vorher überlegt, dass die dann sagen werden, sie werden die Lautsprecher behalten bzw. sich neue schicken lassen. Weil die sind einfach auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis also unschlagbar. Vielen Dank.